Hallo und herzlich willkommen zum Video-Guide zum Antorischen Oberkommando. Das Antorische Oberkommando ist der dritte Encounter, der euch erwartet im Antorus, dem brennenden Thron. Ich beschreibe euch den Kampf hier für den normalen und für den heroischen Modus und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. In diesem Kampf erwarten euch drei Gegner. Alle drei Bosse, auf die ihr treffen werdet, haben aber eine geteilte Lebensanzeige. Bedeutet, stirbt einer, sterben alle, wie auch schon bei den Hunden. Anders als bei den Hunden ist es aber so, dass immer nur einer der Gegner zeitgleich aktiv ist. Alle anderen befinden sich in ihrer Kapsel. Die Kapseln stehen an den Seiten, es gibt drei Stück davon und die Bosse haben spezielle Fähigkeiten, die sie nur innerhalb dieser Kapsel einsetzen können. Das Tolle ist aber, wenn ein Boss seine Kapsel verlässt, können die Spieler die Fähigkeiten des Bosses in der Kapsel übernehmen. Als negativer Effekt ist allerdings, wenn in einer Kapsel steckt, dass der Spieler da drin alle zwei Sekunden Schattenschaden erleidet. Und jeder Tick Schattenschaden, den er erleidet, erhöht den nachfolgenden Schattenschaden. Also je länger man drin ist, desto mehr Schaden erhält man und irgendwann würde man einfach sterben. Deswegen muss man die Kapsel ab einem gewissen Zeitpunkt verlassen. In der normalen Variante könnte man dann einfach wieder reingehen in die Kapsel, aber in der heroischen, und das ist der einzige Unterschied der beiden Kämpfe zwischen normal und heroisch, abgesehen von mehr Schaden, ist, dass man in der heroischen Version danach die Kapsel für drei Minuten nicht mehr betreten kann, wenn man sie einmal verlassen hat. Jeder Boss bleibt nur 90 Sekunden lang aus seiner Kapsel raus. Danach wird er wieder zurück in seine Kapsel gehen und der nächste Boss kommt aus der Kapsel. Wenn, zu dem Zeitpunkt, wo ein Boss wieder in eine Kapsel rein möchte, noch ein Spieler sich in der Kapsel befindet, schmeißt er ihn einfach raus und der Eindringling wird entfernt. Der jeweils aktuelle Boss, der sich nicht in seiner Kapsel befindet, hat immer dieselbe Fähigkeit. Sie teilen sich also alle dieselbe Fähigkeit und die nennt sich Schwäche ausnutzen. Das ist ein Front Cleave, also eine Fähigkeit, die Schaden direkt nach vorne macht, weswegen der Tank den Boss immer weg vom Schlachtzug drehen sollte. Abgesehen davon, dass er Schaden nach vorne macht, verteilt er auch noch einen Schwächungszauber auf das jeweils aktuelle Ziel bzw. alle Leute, die davon betroffen werden und vor ihm stehen. Daher steht nur der jeweils aktuelle Tank vor dem Boss und der andere irgendwo dahinter, damit er nicht auch einen Stapel des Schwächungszaubers erleidet. Denn dieser Schwächungszauber verursacht pro Stapel 75% mehr körperlichen Schaden, was euch dann irgendwann umbringen würde. Daher wechselt man die Tanks nach drei Stapeln dieses Schwächungszaubers einmal ab und dann kann der andere Tank weggehen, kann den Stapel auslaufen lassen und dann wieder torten, wenn der jeweils andere Tank die drei Stapel hat. Eine Fähigkeit, auf die Bosse und Spieler, die sich in einer Kapsel befinden, gleichermaßen Zugriff haben, nennt sich Chaos Impuls. Dabei kann man Geschosse verschießen, die zum einen Schaden machen, zum anderen aber auch einen Schwächungszauber auf dem Ziel hinterlassen, welches jeglichen erlittenen Schaden um sechs Sekunden lang für ein Prozent erhöht. Ist aber stapelbar auf 15%. Kann man auch auf Bosse machen, die draußen sind, als Spieler, wenn man gerade in einer Kapsel ist. Und natürlich können die Bosse das wiederum auf verschiedene Spieler machen, aber natürlich nicht auf alle gleichzeitig. Diesen Debuff kann man als Heiler, also als Heiler aus dem Raid natürlich nur, die Bosse haben Gott sei Dank keine Heiler, entfernen. Muss man aber zu Anfang nicht, weil da noch nicht so viel Schaden reinkommt. Im Laufe des Kampfes wird der Schaden, der reinkommt, aber immer höher, wo es sich dann lohnen kann, diesen Debuff zu entfernen. Nachdem ich euch jetzt ganz viele Fähigkeiten erzählt habe, die die Bosse alle gemeinsam haben, fragt sich der eine oder andere vermutlich, woran sich dieser Kampf jetzt unterscheidet. Er entscheidet sich nämlich nicht daran, welcher Boss draußen ist, sondern welche beiden Bosse in den Kapseln sind. Denn innerhalb der Kapseln hat jeder Boss eine spezielle Fähigkeit, die ja nach außen hin wirkt. Und das ist dann auch das Entscheidende, was den Kampf anders macht. Gleichzeitig haben aber auch Spieler, die sich jeweils in einer Kapsel befinden, je nachdem, was es für eine Kapsel ist, besondere Fähigkeiten, die das Ganze dann unterstützen können und einfacher machen. Darauf gehen wir jetzt ein. Die drei Gegner heißen Admiralin Svirax, Oberste Ingenieur Ishkar und General Erodus. Der Einfachheit halber nennen wir sie aber einfach Admiral, Ingenieur und General. Zu Beginn des Kampfes ist die Admiralin draußen, hat also keine besondere Fähigkeit, die sie einsetzen kann, sondern nur ihre Kapsel hat eine Fähigkeit, die die Spieler einsetzen können. Der Spieler in ihrer Kapsel kann nämlich von oben starke Kanonen abfeuern, die massiven Feuerschaden verursachen und bei Zielen, die keine Bosse sind, 25% mehr Schaden verursachen. Hier ist wichtig, nur Ziele, die keine Bosse sind. Dies ist für uns deshalb wichtig, da der General nämlich Verstärkungsgruppen beschwören kann, solange er sich in seiner Kapsel befindet. Da holt er zwei verschiedene Arten von Verstärkungsgruppen ran. Zum einen fanatische Pyromantinnen, diese wirken ein Pyroschlag, der auf jeden Fall unterbrochen werden sollte, und zum anderen Stoßsoldaten der Teufelsklinge. Diese können zwischendurch einfach mal so Gegner anchargen. Da könnte es dann effektiv sein, dass sich Gegner, die ein bisschen mehr aushalten, wie zum Beispiel Jäger, ein bisschen weiter weg von dem Gruppengeschehen entfernen, so dass nur die angechargt werden. Ansonsten müssen die einfach nebenbei getötet werden, wobei euch natürlich die Kapsel der Admiralien helfen kann, da sie die einfach so ein bisschen wegbomben kann. Ebenfalls noch in seiner Kapsel befindet sich der Ingenieur. Der erschafft Minen. Die liegen rum und explodieren natürlich, wie das Minen so an sich haben, wenn man rüberläuft. Macht aber sehr viel Schaden und kann auch als Kettenreaktion andere Minen auslösen. Da sollte man also aufpassen, dass man keine Minen auslöst. Das ist sehr, sehr wichtig. Nach 90 Sekunden hat die Admiralien genug, geht zurück in ihre Kapsel und der Ingenieur kommt raus. An der Stelle hat natürlich dann die Admiralien Zugriff auf ihre Fähigkeit innerhalb der Kapsel. Und das ist eine Böse. Denn sie ruft einen Legionskreuzer über die Arena und der bombardiert uns. Das macht sehr, sehr viel Feuerschaden. Am Anfang ist das noch relativ wenig, aber das erhöht sich. Jedes Mal nämlich, wenn der Feuerstein gewirkt wurde, erhöht sich der Schaden des nächsten Males um 25%. Das ist dann auch der Grund, warum am Ende, wie schon erwähnte, mehr Schaden reinkommt und wieso man den Kampf nicht ewig so weiterspielen kann, sondern irgendwann dieser Kampf zu Ende ist, weil einfach der Schaden, der reinkommt, zu viel ist. Gut für uns ist aber an dieser Stelle, dass der Ingenieur aus seiner Kapsel kommt und wir so in die Kapsel des Ingenieurs reinkommen. Zum einen macht der Ingenieur jetzt erstmal keine Minen mehr, das ist ja auch schon mal schön. Zum anderen haben wir aber Zugriff auf einen Schild-Emitter. Diesen Schild-Emitter kann man innerhalb der Arena irgendwo hin platzieren und kann ihn dann auch benutzen. Bedeutet also, man stellt die Schild-Emitter auf Cooldown irgendwo hin und gibt vor, wer dieses Schild-Emitter benutzt, wann immer ein neues Legionsschiff über die Arena fliegt und uns bombardieren will. Wenn das Schiff da ist und bombardiert, sollten natürlich alle unterhalb diesem Schild stehen. Die Tanks müssen da ein bisschen aufpassen, dass sie halt den Boss nicht dann in den Raid drehen, wenn gerade nach vorne hin Schwäche ausnutzen gewirkt wird, weil dann würden alle wieder noch zusätzlich physische Schaden bekommen und das wollen wir auch nicht. Also alle unter Schild und erst das Schild auch wirklich anmachen, wenn der Schaden von oben auch reinkommt. Wichtig ist natürlich, dass man genug Schilder hat, solange die Admirälin auch in ihrer Kapsel drin ist. Was ja nicht nur in dem Zeitraum, während der Ingenieur draußen ist, sondern auch, wenn der General gleich rauskommt. Denn dann ist ja die Admirälin noch immer in ihrer Kapsel und es fliegt noch immer so ein Schiff über uns. Daher stellt man schon für die Phase, in der der General draußen ist, Schild-Emitter auf Vorrat. Und hier nochmal ganz, ganz wichtig, nur eine Person einteilen, die draußen die Schilder anklickt und sie auslöst. Damit nicht Schilder unnötig ausgelöst werden und man hinterher vielleicht zu wenig hat. Bleibt also noch zu klären, was passiert, wenn der General rauskommt. Natürlich wird er erstmal keine Ads mehr beschwören, das ist schon mal toll. Wir können aber selbst keine Verbündeten beschwören, sondern wir können ein Disruptor-Signal bedienen. Dieses Disruptor-Signal würde zum einen Gegner zum Schweigen bringen, zum anderen, und das ist viel wichtiger, zerstört es aber Minen. Dafür solltet ihr es auch nutzen, denn Gegner sollten eigentlich nicht mehr da sein. Ihr stellt also dieses Disruptor-Signal so auf, dass Minen, die irgendwo rumliegen, zerstört werden. Da das innerhalb von zwölf Metern passiert, könnt ihr gleichzeitig mit einem Disruptor-Signal mehrere Minen zerstören und die wegräumen. Wenn dann der General nach 90 Sekunden zurück in seine Kapsel geht, kommt die Admiralin natürlich zurück. Also, der Beschuss von oben hört erstmal auf, solange die Admiralin draußen ist. Und ihr könnt euch wieder sammeln, könnt die Ads wieder wegbomben, die neu kommen, nachdem der General wieder drin ist. Es kommen natürlich auch wieder neue Minen, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen freigeräumt und könnt euch dann wieder positionieren. Wie ihr euch generell übrigens positioniert, ist egal. Ihr könntet euch auch jedes Mal an der Kapsel des aktuellen Ziels orientieren, oder wie wir das hier gemacht haben, immer an der Kapsel des Ingenieurs. Das bleibt euch ja überlassen. Diese Ingenieurs-Schilde oder aber auch diese Disruptor-Signale könnt ihr ganz im Raum verteilen. Die sind also nicht lokal gebunden an die Position der Kapsel. Das könnt ihr also machen, wie ihr möchtet und wie das für euch am besten passt. Generell sollten die Leute, die in eine Kapsel gehen, immer nicht vergessen, dass sie neben den Special-Fähigkeiten, also die Schild-Emitter etc., auch den Chaos-Impuls haben. Damit können sie ja Schaden auf den Boss erhöhen. Das ist für euch vielleicht auch ganz wichtig, weil ihr natürlich die Bosse schnell töten möchtet. Daran immer denken. Außerdem müsst ihr natürlich bedenken, dass ihr im heroischen Modus zwei Leute pro Kapsel, pro Phase einteilen müsst. Das sollte so in etwa hinreichen. Im normalen Modus ist das ein bisschen anders, da ist der Schaden ein bisschen geringer. Aber im heroischen Modus braucht ihr zwei Leute pro Phase. Und dann auch im Verlauf des Kampfes natürlich können die Leute, die bei der Admiralien immer in die Kapsel gehen, auch wieder reingehen, weil der Debuff, der euch daran hindert, erneut reinzugehen, hält drei Minuten. Und das ist dann natürlich wieder vorbei, wenn die Admiralien erneut dran ist. Das war's. Der dritte Guide für Antorus ist vorbei. Ich hoffe, euch hat er geholfen, euch hat er gefallen. Lasst uns gerne Kommentare da, lasst uns gerne Anregungen da. Abonniert natürlich unseren Kanal. Ich sage bis Guide 4, euer Benjen. Tschüss.